mal bei Part 3 sind wir jetzt übrigens ähm der zweite Part gibt's bei meinen netten Kollegen drüben auf der Sandinsel seht ich gar nicht von hier aus ich hab dich auch gar nicht gesagt okay ich hab jetzt eine Melone ich glaube einen Melon Samen oder was oder einen Kürbis Samen und zehn Obsidian ich muss jetzt also so schnell ich muss jetzt eigentlich so schnell wie möglich rüber und aufpassen gut pass auf nicht so ausrutscht noch oh mein Gott so ähm also ehrlich hier gibt's auch keinen Schneedienst ne also die Besitzer von diesem Skyblock also ehrlich ja sie müssen verklagt werden ne ja so ähm übrigens mit welchem Zeitschaftwerk spielt Duden eigentlich mit dem was ich eigentlich mit dem wir eigentlich auch diese Adventure spielen wollten äh welche Adventure machen da du weißt schon dieses wo alles so comicmäßig aussieht das so comicmäßig ich weiß nicht wie das heißt das wo ich doch einmal ich hab mir das doch gedauert und du meinst das irgendwie mit 185 p.m. die Zuhause kreieren wird's wenn ich laufend ist es ist es so dass es dieses er auch geht die Quark genau kann genau so kann es heißen gut ich nehme nämlich ein anderes ich kann auch schnell umändern ja dann aber dann endlich mal kurz hier wird sich besser Text und Pakete so die ich hab ja nun mal so so ein Buch genug Textrex falls ihr was anderes wollt also und nur Bescheid sagen so also ihr seht es da unten das hier nehmen wir das hier wenn es dann mal laden wird sag mal wann du kommst ja weil ich bin ähm ich bin grad am Cobblefarm so so geladen hat es und ich komme jetzt okay der letzte Koppel so so kannst du kommen anmelden und ich bin drin so okay so sieht das gleiche aus da ist ein Cobblestone das ist die Lava das ist das Wasser das das Gras das ist die Erde das ist die Kiste das ist die Workbench das bist du das ist der Schnee du bist so schlau scheiße ich brenne ja dann hat wenn es was hat davon ist doch was er da geht doch so schön ich brauche hier weiter Brostokobelstons hier so also in meinen Parts wird es manch wird es zurzeit äh nicht viel spannender wegen es schneidet und so und ich kann es dann ab Farmer so weiter geht's das ist immer so eine tolle Action hier kann es dann abzubauen oh mein Gott ja äh wieder zurück auf das Thema Livestream von Spark of Phoenix Phoenix wie auch immer ähm ich bin bei dem Paintbrush stehen geblieben ne beim Hunger Games und ähm wir könnten ja mal also wir könnten mal wenn wir mal so Lust drauf haben so uns den Server besorgen bei Nitrado oder so oder irgendwo und dann mal selber so ein Hunger Games Turnier stattfinden lassen oder vielleicht auch dieses Paintball mal sehen so gut die Dien was was fällt mir in den Netz doch so spontan ein was man machen könnte ich glaube bei der Gäste immer mehr Leute zusammen ja glaube ich auch das war das war das war der Gäste ja schüttelt hier aber ich bin noch nicht sicher um wann und und wenn das kommt und wird durch los schüttelt ja dann mach mal dann mach ich noch hier so ein Info Video so kann es so gut wie möglich ich es kann mit ne und so ja mit Bild und Text aber ohne Sprache weil das würde das ganze Video versaut glaub ich zumindest aber naja mal sehen ähm schreibt mal in unten in die Kommentare rein wie euch das gefallen würde wenn wir sowas mal veranstalten ähm ja mal sehen vielleicht machen wir auch ne ein Livestream glaub ich nicht das packt glaub ich mein Internet nicht mal eine 2000er Leitung mit abends mit einer Person zu teilen ist schon äh schwer und dann nebenbei noch skypen und auf dem Minecraft Server spielen und Livestream das wird nur lecken ohne Ende glaub ich so nicht du brauchst Cobblestone? ja auch und ich überlege gerade wie ich das zu einer ewigen Quelle hinkriege äh da das weiß ich da kriegen wir noch ein Wasser in der Hölle ach so ok danke ja ach ich wollte ja für diese Aufnahme ja nochmal mal die skyblock Erfolge raussuchen aber naja wie wärs denn damit mal ein Haus zu bauen hab mir ja Zeit für und die Inselnbeben zu erweitern lass mal gleich die Inseln mal ein bisschen erweitern ja aber ich brauch erstmal diesen Gang hier weiter jo mach dat so mal noch so ne Frage von mir aus ähm von meiner Seite aus ob ich das mal ob euch das mal gefallen würde wenn ich einfach nur mal ein Livestream mache ohne Skypen und ohne irgendwelche Multiplayer-Spiele sondern einfach nur ein Singleplayer-Spiel zum Beispiel Minecraft ja das hab ich noch so ein ganz tolles Kran-Spiel irgendwie hab ich mir vorhin im App-Store gedownloadet so ein tolles ganz tolles Kran-Spiel ist ganz toll das glaub ich dir der Sound ist auch gar nicht laut kann man auch gar nicht abstellen also den kann man wirklich nicht abstellen den Sound aber naja aber naja mal sehen würde mich schon interessieren was ihr dazu haltet was ihr dazu haltet genau ja was ihr davon haltet so jetzt hab ich ähm von so einem Livestream und ja also die die Kommentare unten diesmal dazu verwenden um mir zu beantworten ob ich mal so ein Paintball ne so ein Hunger Games Festival veranstalten soll warum sag ich Festival naja ähm Event so ein Hunger Games Event zu veranstalten oder ähm und ein Livestream zu machen irgendwann mal ähm äh äh ne irgendwann mal zu machen wenn ich's schaffe dann mit meiner Internetleitung hier mal sehen tut mir leid, gerade war mein Bruder da und ähm wo ich immer so abweh und das hier ich werde um also um zwei so muss auch mal rausgehen da werden um die 200 Stück ähm Sternen schon bei uns also bei uns ähm was sterben schon Sternschnuppen werden bei uns ähm um zwei so lang fliegen bei euch fliegen zwei Sternschnuppen lang nein um zwei so werden bei uns in Deutschland sagen wir mal heute um die 200 Sternschnuppen vorbei fliegen ausgeschöpfen Regen Jo ah gegen 2 Uhr ja wie sollen wir dann überhaupt das Portal an kriegen ähm ähm äh mit mit der Lava glaub ich irgendwie weil ich weiß nicht wie ich frag mich nicht also und da einmal drei ne hier drei so ja unten ne unten brauchst du nur zwei ne unten brauchst du nur zwei 1 2 ich brauche ähm hier äh ach ja Koppel äh sag das doch hast du überhaupt an oder hast du keiner ne äh 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 ne ist es aufgehört zu schreien da müsste ich gleich mal gucken noch mal bevor du aufnimmst jetzt das Koppel ja wie viel denn ja ein bisschen mehr ein bisschen mehr ein bisschen hier ist ja so ein bisschen mehr ja ein jetzt kommt noch mal das heißt ich mache hier so worüber kann man noch reden ach ja über die Olympischen Spiele ja ich auch guckt eigentlich auch nur ab und zu mal beim Abendessen ähm 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 ist ach ist schon zu Ende okay wo bist du du ich liebe meinen Teiler ach da ich bin ja hinten auf der Sacklinsel wieder und ja schon wieder schon wieder gut ich komme mal zu dir gerannt kurz hier guck dir diesen dramatischen Moment an wie diese Anblicke alle runterfallen so okay jetzt noch mal kurz hier äh Pause ne mal so jetzt geht's gleich bei dir weiter und ja dann sind wir uns gleich wieder bei ihm aus seiner Perspektive weil wir wollten dass er beides auf meinem Kanal hochladen ne ja auf dein auf dein ne ja auch hat gesagt auch mein so ja so ähm und dann sind wir alles aus seiner Perspektive und dann sind wir uns gleich wieder bis dann Leute und äh tschau tschüss ne wir uns gleich wieder die 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 die